Boah, das ist schwer mit Emoji. Haaa... Ja. Ja. Kannst du nichts am liebsten nehmen? Entweder am Sommerurlaub oder zu einer Weltmeisterschaft. Ja, ich schlafe dabei. Das ist schon sehr lang. Was habe ich gemacht? Ich habe mir erstmal eine geile Serie hintergeladen. Ich habe gedacht, viel Musik hören. Und zwar höre ich gerne R'n'B und auch deutsche Musik. Ich habe mir eine Schlafmaske gekauft, die sehr speziell ist. Deswegen werde ich auch viel schlafen. Ich habe eine Schlafmaske gekauft. Definitiv Sushi. Ja, auch Sushi. Also ich finde es eigentlich cool, andere Kulturen kennenzulernen und da auch das zu essen, was die essen. Tatsächlich Sushi, weil Spaghetti gibt es so oft. Winter, ich gehe sehr gerne Skifahren. Auch Winter, wir gehen meistens zusammen Skifahren. Auf jeden Fall Sommer.